Hallo, hier ist Felix vom Plan for the Planet und heute gibt's was zu feiern, nämlich 10 Jahre die gute Schokolade. Aber wisst ihr eigentlich, dass diese Erfolgsgeschichte mit einem richtig harten Rückschlag begann? An dem Tag war ich richtig am Ende. Das kam so. Mit 14 Jahren war ich eingeladen, bei dem Kongress der Schokoladenindustrie einen Vortrag zu halten. Und zwar darüber, wie wir die Klimakrise anpacken können. Und ich wollte nicht nur einfach für Bäume werben, sondern kam in einem ganz konkreten Vorschlag, nämlich der Zukunftsgebühr. Wir sind die erste Firma zu unterstützen uns mit unseren Zukunftsfee. Ist es eine Firma? Bitte, 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 bitte. Not one single company. This is shocking. Ich war dann erstmal richtig am Ende. Ich bekam keinen Applaus, wurde sogar gelacht und ich habe an dem Tag erstmal geweint. Aber wir haben nicht aufgegeben und einer unserer Botschafter, der zwölfjährige Max, hatte dann eine Idee. Wir bringen einfach unsere eigene Schokolade auf den Markt. Und wir hatten bald darauf auch schon die ersten Händler, die bereit waren, die Schokolade für uns zu verkaufen. Wir machen mit. Super. Kommen Sie bitte alle vor. Keine sechs Monate später waren die ersten Tafeln der guten Schokolade im Supermarktregal und wir waren am Ziel. Und mit dieser Schokolade konnten wir mittlerweile schon über acht Millionen Bäume pflanzen. Dank euch, vielen Dank, dass ihr uns so viele Jahre so stark unterstützt habt. Auf die nächsten zehn. Auf die nächsten zehn.